Im Sinne eines OSCIs haben wir die Räume des Tesimas nutzen können, haben entsprechend sechs Stationen aufgebaut und dort unter jeweils einem Motto praktisch orientiert. Hier wird die Grundprinzipien der Hygiene, nämlich die Basishygiene, den Studierenden beigebracht. Dass am Ende so viele es sogar bis zu den Schulungen hier vor Ort gebracht haben, das ist schon ein sehr positives Zeichen der Mannheimer Studierenden hier im Tesima. Also ich habe die Mail bekommen, einfach einen Aufruf, dass wir uns melden sollen und ich habe da ein bisschen Vorerfahrung in der Krankenpflege durch den FSJ. Und ja, ich fand es einfach persönlich wichtig, dass man sich ein bisschen einbringt. Bei uns haben sich jetzt 600 Leute an der Uni gemeldet, gerade wenn Not am Mann ist, wenn dann die Leute gebraucht werden. Was jetzt vielleicht jetzt noch nicht ganz so krass ist, aber wenn es dann soweit ist, sind zumindest ein paar Leute mehr da, die auch ein bisschen Unterstützung geben können. Es kommt dann wohl ein Anruf, zumindest war es bei einer Kombitonin so. Und dann wird die Station ausgemacht und dann der erste Arbeitstag. Wir tragen ja noch nicht so eine Verantwortung wie jetzt, sagen wir mal ein Assistenzarzt oder ein Student im PJ. Wir unterstützen mehr die Pflege und ich glaube, deswegen fühle ich mich da schon gewappnet. So eine Schulung wie heute hilft einem einfach nochmal das alles so in den Kopf zu rufen. Es wird jetzt in den nächsten paar Wochen schon relativ früh anlaufen, dass wir eben eingearbeitet werden und dann, wenn Not am Mann ist, auch einsatzbereit sind. Wir möchten uns an der Stelle als Team der Krankenhaushygiene bei der Fakultät, aber auch bei allen Studierenden bedanken für ihren Enthusiasmus. Und wir hoffen, dass wir mit dieser Art der Lehrtätigkeit die Fähigkeit der Studierenden gut unterstützt haben und sie gut auf den Einsatz im Covid-19-Bereich vorbereitet haben. Vielen Dank und alles Gute! Vielen Dank und alles Gute!